Liebe Zuseherinnen, lieber Zuseher, jeden Tag werden wir von einer unglaublichen Masse an Informationen überschwemmt. Wir sind regelrecht süchtig nach Informationen, und sehen und hören, genau genommen immer wieder nur dasselbe. Wir erfahren von denselben Dingen, in verschiedensten Variationen. Der Erkenntnisgewinn ist gleich Null. Je mehr Informationen, desto verwirrter werden wir sein. Und genau diese Verwirrung ist es, die man in unseren Herzen anrichten möchte. Da müssen wir nicht mitspielen, da können wir außen vorbleiben und dankend ablehnen, indem wir eine Informationsdiät halten. Ich muss nicht alles wissen. Es genügt hier, in meinem kleinen Umfeld, die heile Welt zu haben. Und so sollten wir alle denken. Willst du die Welt verändern, verbessern, beginne bei dir. Und einer der Kernaussagen des Terrorismus lautet, weniger ist mehr. Je weniger Informationen wir von der Außenwelt erhalten, desto mehr wissen wir. Wie sagte Don Juan so treffend? Wir leiden nicht unter einem Mangel an Wissen, wir leiden unter einem Mangel an Umsetzung. Alles Liebe, euer Astra Wolf, Ende.